Link Twitch.tv//Marshtotscheiper, einer deiner Follower Na, ich war grad zuvor, das abzutippen Oh, Jascos ist abgestürzt Weil ich durch dieses Außen-Reintab Na gut, dann kann ich's ja auch schicken Äh, hab ich's schon eingetippt Achso, ist ja wieder ein Steam-Spiel Das sind ja echt mal die Asus-Route angekommen Das sind ja richtige Schiffe sind das Keine Ahnung, hab ich mich noch nicht informiert Weil unser Telekom-Router läuft wie er läuft Und der läuft super Ich mein, ich... Ich bin ja teilweise mit Playstation mit... Also, meine Mom ist mit meinem Laptop drin Ich bin mit meinem Laptop drin Dann bin ich mit meinem Rechner drin Die ganzen Handys, dann die Playstation frisst so viel Leistung Und der Fernseher von meiner Mom unten Ist auch die ganze Zeit mit Internet verbunden Und... Ich hab... Meine Dings kommt bei mir an Meine 50k hier oben 46 kommt bei mir an, aber... L... 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 Was ist das? Das ist... Das ist doch kein Router mehr Für... Für was? Ich liebe es gar nicht aus Warum? Vor allem, der hat eine Durchlassrate von... Warte... Mit bis zu zweimal 2167 Megabits Ey, so ein Ding brauchst du, wenn du eine LAN-Party machst und keine... Warte... Warte... Ich weiß gar nicht, wo gespeichert worden ist Wird den Jaws-Calls überhaupt gespeichert automatisch? Ich spiel jetzt schon viele Stunden und jetzt ist es abgekackt, ne? Hast du irgendwie... Ach ne, ich wollte sagen, dass du Rayman Origins gespielt oder... Aber ich hab nen falschen Channel Ähm... Ich hab Rayman Origins gespielt, tatsächlich letztens Da steht nämlich noch mit... Ich weiß, das kann sein... Äh... Äh... Ich muss ne neue Game-Aufnahme machen... Das ist der Hosen-Live-Scream... Äh... Dann hätt ich gerne... Wir nehmen mal die von Roam... Roam-Game-Aufnahme... Ändern mal um zu... Just Cause... Hast du das heute gekauft, oder was? Ja, weil... Äh... Der Just Cause Multiplayer jetzt released wird... Oh, also... Oh, jetzt... Wie lange ist das Game schon draußen? Das sind von nem MTA-Entwickler... Das sind hier schon ein paar Monate draußen... Ja, und... Das sauert ja eh so ein Multiplayer entwickelt wird... Zähne Motiviert... Achso... Und... Dann muss ich mich jetzt ein bisschen einspielen in die Map... Wie die Map aussieht... Dass ich mir so programmiertechnisch ein bisschen was einfallen lassen kann... Und dann heißt es... Ab... Nach dem Ferien dann... Hier programmieren... Android... Ach, die Android haben wir ja noch gar nicht, ne? Ach, Android... Okay, Mensch... Speicher niedrig... Vor allem, er sagt mir, mein Systemspeicher ist niedrig... Ich hab... Also, ich speicher auf meiner... Ich speicher auf meiner zweiten Festplatte... Die ganze Scheiße... Und... Da hab ich zwei Terabyte drauf... Und davon ist... Über ein Terabyte frei... Und auf meiner Main-SSD ist... Und über 100 Gigabyte frei... Welche tun müssen müssen, dass du überlebst? Das ist ein wenig laut... Bei mir meckert er auch immer rum, weil 10er... Zwei Kilobyte frei hat... Also, meine NC-Platte ist richtig voll... Ich verstehe auch nicht, warum... Was brauchst du? Ja, du hast die Ravello und Flo ins Uhr gesetzt... Und Costa del Porto wird in Kürze... Die volle Wucht seiner... Enttäuschung zu spüren bekommen... Nicht schlecht... Warum leckt das? Warum leckt das? Vielleicht... Dankeschön... Mario... Bist du da? Loll... Ich hab's gehört... Wir treffen uns vor der Stadt... Ich hab's gehört... Wir treffen uns vor der Stadt... Loll... Wer ist das du denn? Äh... Ingame hab ich... 60... Äh... Das wundert mich jetzt, dass das leckt... Warte mal ein... Moment... Moment... Ist der ein Upload? Wie ist der? Ne... Ist es ja schon auf meinem zweiten Monitor... Leckt's ja schon... Bei dieser Stream... Achso... Nachschau... Geh ich mal zum Fall wieder raus... Guck mal, wer jetzt noch leckt... Leckt der auch? Warte, fuck... Hohe CPU durch Codierung... Äh... Okay... Moment... Das Schöne an der 100k-Leitung ist... Dass ich endlich auch mal sowas streamen kann... Weil... Irgendwie nicht mehr ein Geek-Stream... Ich hab's in der Mission-Legative-Bit... Ich hasse das... Ich hol mir demnächst wieder ein i7... Wenn ich nicht nächste Mal meine Mainboard austausche... Markus hat gesagt... Ach, ein i5 reicht schon... Seitdem ich den i5 hab... Krieg ich... Nein, reicht überhaupt nicht... Ich hatte den i7 der vor... Ich hatte den i7 der vorherigen Generation gehabt, ne... Und... Ich konnte alles streamen... Und seitdem ich den i5 drin hab... Äh... Und jetzt egal... Dann legts bei dir halt... Pfff... 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 Machen wir mal auf Mittel... Texturqualität auf Mittel... Wasserteslierung... Weiß ich nicht was es ist... Machen wir einfach mal aus... Loadfaktor... Machen wir auf Mittel... Schatten... Machen wir auch auf Mittel... Was ist SAA... Oh... Keine Ahnung... Machen wir aus... Bewegungsunschärfe... Machen wir auch aus... Hä... Steht dir nix von Anti-Aliasing... Äh... Ach da... Aus... Äh... Leck trotzdem... Genial... Habe ich doch was anderes auf... Was was frisst... Nö... Was kommt das von... Kommt das von OBS... Oder kommt das von... Tatsächlich... Just Cause... Frisst aber nur 30%... Hm... Ohne Scheiß... Just Cause frisst 73% CPU... Unser Schicksal... Warum frisst du so viel? Viel mehr kann ich auch nicht ausmachen... Ich spiel mir jetzt... Vollbild wieder nicht geht... Ich spiel mir jetzt... Vollbild wieder nicht geht... Jetzt sieht das Spiel scheiße aus... Und es leckt trotzdem... Also mach ich jetzt wieder alles an... Und dann hast du halt einen längenden Stream... Boah... 1060... Weil... 1060 hat ja schon... 6 GB ran... Keine Ahnung... Die ist ja dann bestimmt irgendwo bei 200 Euro... Achso... Ich... Wo muss ich denn jetzt hin? Hier runter... Muss ich... Muss das doof wieder reißen... Wenn sie es gekauft haben... Hat... Ich komm da teilweise mit dieser... Sprung... Ohne... Dingssteuerung... War nicht klar... Deswegen sieht es manchmal ein bisschen unbeholfen aus... Vielleicht schon richtig hau... Ich seh das... Das ist wie bei der Division... Ich weiß nicht warum... Also... Division... Da hat bei mir auch so ne... Übelstlich hohe CPU-Auslastung... Mein CPU hat eine Auslastung... Ah, ich hab ne Idee... Ich könnte... Ich kann overclocken... Ich overclock ja gerade nicht... Vielleicht bringt das was... Äh... Sooo... Und jetzt würde ich gerne zu Joscos zurücktappen... Und das stützt ab... Hallo... Spiel... Und stotz dann hier... Was ist das bezahlt? Äh... Sechzehn... Sechzehn? Sechzehn... Und weil das so 16 gekostet hat... Ja... Wo denn? Äh... G2A oder... Moga oder... Irgend so ne Seite... Irgend so ne Seite... Ja ich weiß nicht... Ich... Ich bin immer auf diesen Key-Seiten überall registriert... Und... Guck dann immer wo's am billigsten ist... Boah... Kann auch Kingu gewesen sein... Keine Ahnung... Ich glaub das war Kingu... Ich weiß nicht so ein... Wo es an diesem Turm hängt... Es leckt schon hart... Auch jetzt bei mir... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... An alle Einheiten... Findet den Rebellen... Verfolgung aufnehmen... Boah... Ich kann so nicht sitzen... Katsche... Ich hab das Spielprinzip noch nicht so zu ganz verstanden... Du musst aber diese Tür... Dörfer hier irgendwie erobern... Aber ich bin irgendwie von der Main-Quest abgekommen... Und find's die nicht wieder... Geht's ja auch öfter so vielen Spielen... Weil wir Open-World-Titeln... Verliere einfach so ganz am Anfang die Main-Quest... Und bin dann irgendwie... Im End-Gegner-Gebiet... Und rock da alles... Ähm... Was passiert, wenn ich das mach? Ja... Schön... Oh, das war ein seltenes Auto... Ja, du musst halt auch Autos finden... Und an diese... Punkte bringen... Äh... Die Polizeistation... Habe ich... Flagge ist ein Statue... Okay... Wenn das nicht geht... Dann... Feuerwerk... Geht das? Oh, das geht! Das sah gar nicht gut aus... Erinnert mich so ein bisschen an die Saints vor, ja... Attackiere Zielpersonen! Alle Einheiten hierher! Oh, ist das trotzdem unsichtbar! What the fuck, was ist hier los? Es ist jetzt kein Spiel, was ich im Normalfall spielen würde, sagen wir es mal so... Aber... Weiß ich nicht... Es ist ein bisschen... Naja... Auch da ich ja demnächst hier... Da... Ich erschieße auch die ganze Zeit meine eigenen Leute... Und wenn ich denn jetzt hier demnächst ein bisschen programmieren will, dann muss ich auch wissen, wie die... Karte aufgebaut ist... Special Locations und... Und... Was muss ich noch einnehmen? Ein... Generator... Wo ist er? Ach der da! Suchprotokoll einleiten! Findet ihn, so schnell es geht! Alle Einheiten in Alarmbereitschaft! Sichtkontakt wiederherstellen! Ja... Okay... Ja, hier kannst du auch so einen schicken Greifhaken halt wie ein Dying Light, ne? Also... Ja... Den liebst du ja da auch, ne? Der stirbt doch einfach! Ich hab keine Muni mehr, Leute! Was ist das denn?! Was ist das denn?! Ich mag's im Videospielen, ich sag's dir! Warum bist du unsichtbar, du hästiges Auto? Ein 12-Jähriger und ein 13-Jähriger Freund haben eine 200km Autobahn-Tour mit See und Großeltern unternommen! Sch... Sch... Fuck! Sack die Merde! Zauberer Schuss! Mit怎么样..... Was? Was, 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 was? Du Blacky Stone? Wer kennt dieses Spiel? Daity of Blacky Stone? so jetzt haben wir den game maker schon gekauft ja und was und funktioniert ja funktioniert hier funktionieren soll er funktioniert nicht wie also eigentlich sollte man den in irgendeinem steam aktivieren können aber das hat irgendwie nicht funktioniert deswegen musste den über so eine andere seite runterladen weißt du nicht warum das nicht ging aber egal ja ich will das ja auch nicht jetzt ist so scheiß egal ob du den in steam bindest oder nicht ja wenn steam irgendwann untergeht das sage ich auch immer ja dann kommt mir sowas wie von von goku oder sowas einfach praktischer wenn du dann so der freie dinge hast die ohne irgendein client spielen kannst ich glaube wenn wenn die plattform irgendwann mal untergehen steam ist die letzte hallo ich hab seit den letzten humble bundle kauf 100 spiel auf steam davon habe ich vielleicht zehn richtig gespielt aber egal normal stolz auf mich was was ist da draußen los meldet euch gefälligst ja besteht jetzt das ganze spiel wirklich darin nimmt diesen außenposten ein und das ich habe ich habe in die ich habe ich Was? Hast du wieder keine Steuern gezahlt oder was? Nein, ähm mit dem... mit dem... mit dem... mit dem... ähm... Bonuscode von... Dings hab ich 1645 bezahlt. Fiii... Warte, ich guck meine Paypal-History, warte... Äh... Die Paypal-App überhaupt noch? Paypal, wo bist du? Ist schon lustig, die G2A-Seite einfach mal zur Hälfte Deutsch ist und zur Hälfte Englisch. Weißt du, so der Einkaufen-Button ist auf Einkaufen gestellt, aber der Rest zählt alles auf Englisch. Ja, also kann man Steuern schauen, was? So, Aktivitäten anzeigen. MM-OGA, 16,48 Euro bezahlt, heute früh. Kaufst du über G2A Shield? Mh... eigentlich nicht. Habe ich am Anfang gemacht, dann dachte ich mir, das ist relativ doof und seitdem komm ich ohne. Weil nach Gesetz müssen sie es dir ja so oder so, äh, die... den Key geben. Daher ist das eh Quatsch. Wie ich finde. Weil wir als Deutschland sind ja eh gut abgesichert und dann brauchen wir sowas doch nicht. Oder nicht. Das ist ein bisschen problematisch, ne, wenn du sowas eingebaut hast ohne Steuer und dann verklagst du jemanden, weil der Key nicht... Ne, ich hab das für meinen, ähm, schwedischen Freund gekauft. Der hat das bei seinem Finanzamt gemeldet. Ne, was? Ach, die Steuerhinterziehung ist nicht strafbar. Ne, was? Ach, ha! Ach, ha. Oh. Oh. Schnell. Oh. Das war's. Wie ist euer Status? Bitte kommen. Verdammt. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. Nur wer unter Gesetze bricht, spürt den Hid des mächtigen Schwerts der Gerechtigkeit. Seht euch um! Unsere Dörfer und Städte, Gidein ohne Verbrechen. Kannst echt effektiv zwei Sekunden wohnen wegschwimmen und dann lag wieder. Zwei Sekunden. OBS sagt mir, äh, erwägen sie ihre Einstellungen zu verringern. Nö. Warte, wir können ja mal was versuchen. Ähm, ich wechsle mal schnell mein Streamingprogramm. Gucken, ob das was bringt. 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 Das war's. Was ist ein, das war's. Nö.